hallo und willkommen zurück bei sherlock holmes devils daughter nein wir wollen noch nicht weg okay können wir nicht mitmachen der sagt auch nachts green kommen wir nicht weiter und hier das haben wir hier schönes es scheint nichts ich glaube das ist die wache die dann die leute die klingel läutet sobald sie polizisten oder so sieht guten tag okay dann spazieren wir hier und ich sollte still sein damit ich hören kann was die leute so sagen was haben wir hier nein tut mir leid von hier aus kann ich niemanden belaufen gut bierchen gefällig bierchen gefällig ja gerne ich bin ein raubein ich brauche bier okay okay verschwinde noch ein glas okay hier kann ich nichts hören ja zu da an klavier noch ein glas ist der anschlag auf holmes ging schief aber wir brauchen eine karte man braucht eine art passierkarte um durchgelassen zu werden nur wenn ich klinge ha 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 und dann aber hier kann ich nichts hören hier kann ich nichts hören noch ein glas okay los feiern wir ha 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 was sagen die so so ah es gibt hier eine illegale Ah, ja. Gutes Bier. Stab. Scotland Yardhunde. Okay, setzt sich hin. Aha. Ganz aufgeregt. Ein Mann mit Hasenschade. Das könnte der Bombenwerfer sein. Ich muss einen Weg nach oben finden. Gut, steh auf und wir rempeln rein zufälligerweise den tiefen Dahn. Oder wir hören hier zu. Ein Bier. Okay, komm schon. Komm, 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 komm. Mach mir einen doppelten. Ich geh kurz rauchen. Er hat eine Passierkarte. Ich könnte sie stellen. Ja, das könntest du. Ah, verdammt. Okay. Ah, da ist sie. Oh, fuck, 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 fuck. Puh, ho, verdammt. Diese Akrobatik manchmal. Du kannst durch. Los, feiern wir. Prost. Okay, und rauf mit uns. Der Typ mit der Hasenschade, da ist er. Kann ich den Boss sehen? Jawohl, er wartet auf dich. Der Mann mit der Hasenscharte. Ich muss ihm irgendwie folgen. Die Tür zum Spielzimmer ist dort drüben. Okay, danke. Ist das das Spielzimmer oder ist das das Spielzimmer? Ah, von hier aus kann man... Kann man alles überblecken. Okay, gut. So, hier. Gut. Guten Tag, die Herren. Eine Glückssträhne. Setze alles. Marion, und was ist das? Heute ist mein Glückstag. Poker. Nicht so lahm. Eine Glückssträhne. Was ist das denn? Aha. Hey, da darfst du nicht raus. Setz dich hin und spiel. Oder verzieh dich. Okay. Ich muss auf die andere Seite. Von dort kann ich vielleicht in den bewachten Bereich gelangen. Ich muss für eine Ablenkung sorgen, damit die Wache von der Tür weggeht. Setze alles. Okay. Ein sehr feiner Hut. Gut. Hier sind Messer erlaubt? Versager. Okay. Kleine Spiegel, versteckter Knopf. Extra-Karte. Der Knopf gehört zu dem Gerät an seinem rechten Arm. Mit diesem Gerät am Arm kann er sich extra Karten nehmen und so betrügen. Mit einem Spiegel sieht er, welche Karten er austeilt. Das Visualisierungs-Salent hilft ihnen dabei, sichere Objekte und ihr eigenes Bild vorzustellen. Nur in bestimmten Situationen von Vorteil. Das ist ein Werkzeug für versteckte Karten. Das Kabel führt von einem Arm zum anderen. Wenn ich das Kabel durchtrenne, kommen die Karten zum Vorschein und sein Betrug fliegt auf. Das muss ich zur Ablenkung machen. Dann kann ich nach draußen gehen. Eine Glückssträhne. Hör um den Schilling. Setze alles. Okay. Heute ist mein Glückstag. Und wenn ein Glück nicht so lahm. Eine Glückssträhne. Versager. Kabel durchschneiden. Setze alles. Ich werde heute reich. Nein, so eine Ablenkung. Heute ist mein Glückstag. Und wenn ein Glück nicht so lahm. Eine Glückssträhne. Versager. Setze alles. Ich werde heute reich. Was guckst du denn so? Erhöhe um den Schilling. Okay. Nicht ein Ben. Versager. Okay. Ablenken. Eine Glückssträhne. Erhöhe um den Schilling. Setze alles. Perfekt. Du bist jetzt. Erhöhe um den Schilling. Erhöhe um den Schilling. Um zuvor zu sein. Ein Gericht. Ein Gericht. Perfekt. Ich muss um das Gebäude heruntergehen. Ok. Super. Da geht ne Prügelei im Gange, lalalalalala. Bad Boy. Wir sind schon drüber. Hä, wo müssen wir jetzt hin? Moment. Moment. Das müssen die Fenster der bewafften Räume sein. Ok, verstehe. So. Das müssen die Fenster der bewafften Räume sein. Ok. Gut. Uh, uh, uh. Ich glaube, das sollte gut sein so. Ok. Probieren wir es mal. Verdammt ist das Laut. Das müssen wir ja Rauschen. Ok. Ok. Vor. Zurück. Und vor. Zurück. Und vor. Und jetzt mit vollem Schwung. Das macht nicht so einen Lärm. Mhm. 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 Wurst. Die sind im Moment nicht da. Ah. Ok. Von hier kommen sie. Die Wache ist noch da. gut, 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 gut. Ah. Kratzer. Okay. Hm. Hm. Wir brauchen den Schlüssel. Sie waren vor kurzem noch hier. Okay. Spalt, Spalt. Drei Wochen. Einfach. Eine kluge Vorrichtung, um Glücksspiel-Utensilien bei einer Razzia zu verstecken. Ja. Aber sonst ist hier... Hey, der Hammer. Hier ist die Buchhaltung für Oktober. Eins. Kartenstapel. 75 mal 1 S. 3... 75 mal 1 Cent. Schilling. Ein Schilling vielleicht sogar. Okay. Das gibt drei Pfund und 15 Schilling. Verloren Poker 140 Pfund, gewonnen Poker 1 200 Pfund, verloren Domino 63 Pfund, gewonnen Domino 108 Pfund. Gesamt 1180 Pfund und 15 Schilling. Mhm. Der Mann mit der Hasenscharte ist ins Green Dragon gekommen, um mit seinem Boss Jack Cole zu reden. Okay. Schein oder sein? Verkleiden Sie sich als Bandit und versuchen Sie im Green Dragon Informationen über den Bombenwerfer zu erhalten. Finden Sie heraus, wer hinter dem Bombenangriff steckt und ihn nach dem Leben trachtet. Der Hammer. Jack Cole. Ich erinnere mich an den Einsatz vor drei Jahren. Aha. Das muss der Schlüssel sein. Wer sieht dir ein gewöhnlicher Türschlüssel aus? Ja. Ist es auch kein gewöhnlicher Türschlüssel? Hm. Hm. Ist das nur Asse oder wie? Dieser Kartenstapel besteht nur aus Pikassen. Dieser Karten. Okay. Aha. Und hier? Der Mann im Zockerraum hat das gleiche Werkzeug zum Betrügen benutzt. Gut, gut. Sonst ist hier nichts mehr. Nur noch den Schlüssel. Okay. Nette Vorrichtung. Und wo können Sie hingegangen sein? Das ist offenkundig, dass all das von Jack Holes Bande gestohlen wurde. Hm. Das ist der Koffer von dem Kerl mit der Hasenscharte. Okay. Das ist ohne Zweifel Diebesgut. Ja, das sieht man. Oh, was ist das? Drehen. Nach dem Umzug in unser neues Heim. Der Mann mit der Hasenscharte. Offenbar mit seiner Familie. Mhm. Kettlebell, zwei Schilling. Klock, zwei Schilling. Bug, ein Schilling. Jacket, drei Schilling. Total, ein Schilling. Butler's Porn Shop in der Lambeth Street. Der Mann mit der Hasenscharte hat seine Sitten verpfändet. Er braucht vermutlich dringend Geld. Er dürfte vermutlich in der Nähe dieses Pfandhauses wohnen. Was ist da draußen denn los? Da sehen wir uns gleich an. Aber zuerst will ich mich hier gründlich umsehen. Ich muss Wild retten. Auf der Stelle. Aaaaaah. Okay. Nein, komm schon, komm schon, komm schon. Holmes. Miserate. Ich bring dich um. Okay. Holmes. Du Miserate. Ich bring dich um. Ich bring dich um. Okay. Holmes. Du Miserate. Ich bring dich um. 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 Okay, Sätze schieben. Äh, hier. Kneipenspaß! Okay, Kneipenbesitzer. Unerwarteter Auftritt Kneipenbesuch. Aha, aha, aha. Besucher, der Mann mit der Hassenschalter ist am Abend nach dem Bombenwurf in die Kneipe zu Jack der Hammer Cole gekommen. Okay, was haben wir sonst noch? Kneipenbesuch? Nein. 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 Nein, okay. Die Kneipe. Aha. Schauspieler. Osten Wilde hat ihnen mit dem Lead geholfen, damit sie in Green Dragon gehen und dort in eine Falle tappen oder Hilfe. Osten Wilde hat alles getan, um ihnen zu helfen. Er hat sich sogar als sie verkleiden und ist in Scream aufgetaucht. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Dann muss das ein Versehen gewesen sein. Als Versehen, Schauspieler helfe. Nur ein Schauspieler. Orsten Wilde ist ein solch fähiger Schauspieler, dass man sich nicht darüber wundern darf, wenn er bei einem seinen Anstrengungen, sie zu sein, in ungewöhnliche und gefährliche Situationen gerät. Vielleicht. Vielleicht. Selbstgemalt und Besuch geht nicht. Okay. Vielleicht war das eine Falle. Und das war Absicht. Wir wissen es noch nicht. Wir müssen alle Möglichkeiten offen halten. Wer sind Sie? Sie sind Alice, ja? Hören Sie, Holmes hat einen Verdacht. Von was reden Sie denn da? Sie müssen diskreter sein bei Ihrem Spielchen mit seiner Tochter. Nein, nein, nein. Zu schwach, Holmes. Aber Sie sind Mr. Holmes. Was zum Teufel? Sehen Sie? Sie hat sie erkannt. Ich wusste es. Sie müssen den Charakter wirklich leben. Gehen Sie jetzt nach oben oder ich zerre Sie zurück in die Kneipe. Verstanden? Sehen Sie, Sie können es. Ich... Gut. Aber im Ernst, Sie sollten Schauspielunterricht nehmen. Sie sind hier, um Ihren Vater zu rächen. Ich weiß es. Sie sind hergezogen, haben mich ausspioniert und wollen jetzt Rache an mir nehmen. Durch meine Tochter. So ein Unsinn. Ich liebe Ihre Tochter. Sie sehen doch überall nur Verschwörungen. Mit gutem Grund. Vergessen Sie nicht, welchen Beruf ich ausübe. Sie armer. Sie verwechseln Aufrichtigkeit mit Unehrlichkeit. Wollen Sie etwas sagen, dass Sie ganz zufällig hier sind? Natürlich nicht. Als ich die Chance bot, Sie kennen zu lernen, kam ich her. Aber nicht mit Hass, sondern eher mit Faszination. Ich wollte mehr von Ihnen über meinen Vater erfahren. Er hoffte mir Antworten auf meine Fragen. Aber ich musste feststellen, dass Sie selbst ein Rätsel sind. Sogar für Ihre eigene Tochter. Sie hätten meine Tochter aus Ihren kranken Problemen heraushalten sollen. Sie verwirren sie nur. Es ist vorbei. Sie weiß es zwar noch nicht, aber ich werde bald fortgehen. Ich bin hier fertig und Sie werden nie wieder von mir hören. Gut, aber reden Sie lieber direkt mit mir. Keine Heimlichtuerei. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ein Kind von Kriminellen so viel für Sie bedeuten könnte. Sie? Ich gehe. Bitte vermiesen Sie nicht meine letzten Momente mit Catelyn. Hm. Hm. Haus des Mannes mit der Hasenscharte finden. Okay. Mrs. Hudson ist noch da. Gut, gehen wir mal schnell nach oben und sehen, was Wild so treibt. Haha. Nur gut, dass ich Ihnen in der Kneipe zu Hilfe geeilt bin, Holmes. Am liebsten wäre mir, wenn Sie mir nicht mehr helfen würden. Im Ernst, nehmen Sie Schauspielunterricht. Sie sind grottig. Haha. Im Ernst, nehmen Sie Schauspielunterricht. Sie sind grottig. Also, aber zuerst einmal hier. Polizei-Einsatz. Der Polizei-Einsatz hatte... Nein. Hier, Zeitungen. William Hamilton. Schisserei in London. Hier. Nicht das, was ich benötige. Ja, verdammt. Ah. Okay, gut. 92. Hier. Dalton Bande besiegt. Polizeieinsatz gegen die Westminster-Bande. Gladstone Premierminister. Okay. Razzia gegen die Westminster-Bande. Scotland Yard hat mit der Hilfe des berühmten Privatdetektiv Sherlock Holmes eine Razzia gegen eine der gefährlichsten und reichsten Straßenbanden London durchgeführt. Die Westminster-Bande. Allerdings lief der Einsatz, wie von unserer Polizei gewohnt, nicht reibungslos ab. Bei der Razzia wurde eine unbeteiligte Person schwer verletzt. Dabei handelt es sich offenbar um Hagen Cole, den Bruder des kriminellen Jack Cole. Die Ärzte kämpfen noch um das Leben des Verletzten, aber sind nicht sehr zuversichtlich. Immerhin gelang es der Polizei bei dem Einsatz, drei Mitglieder der Bande zu verhaften, wobei der Anführer, der bereits erwähnte Jack Cole, wenig später aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen wurde. Gerüchte zufolge hat die Bande in enger Verbindung zu einflussreichen Personen, darunter auch Richter, Politiker und Polizeibeamten. Doch wahre Gerechtigkeit schert sich nicht um solche Dinge. Oder sollte das etwa nicht mehr der Fall sein? Da. Gefunden. Razzia, das kennen wir. Der Mann mit der Hasenscharte hat seine Sachen in der Pfandlei Battles Pond Shop in der Abel Street verpfändet. Eine Fotografie des Mannes mit der Hasenscharte zusammen mit seiner Familie. Sie stehen vor ihrem Wohnhaus. Der Mann mit der Hasenscharte hat Jack Cole einen Koffer mit wertvollen Beute gebracht. Der Koffer befindet sich in seinem Geheimraum. Der Polizeieinsatz 1892 hatte mit Jack der Hammer Cole zu tun. Okay, wir könnten jetzt zu Lambert Street gehen. Fluchtversuch aus dem Newgate Gefängnis vereitelt. Vier Straftäter hatten vor, durch ein eigenes Abflussrohr aus dem Newgate Gefängnis in London zu fliegen. Die Flucht war erstaunlich gut durchplant und sollte am helllichten Tag stattfinden. Wurde aber letztendlich durch das schnelle und beherzte Eingreifen unserer Polizeikräfte vereitelt. Zwei der Insassen wurden dabei getötet. Die beiden Überlebenden durften weiterhin ihre Strafe absetzen. Unter den Toten war der frühere Verbrecherkönig von London, William Hamilton. William Hamilton war 1875 bei einem Scotland Yard Einsatz unter der Leitung von Inspektor Lestrade verhaftet worden. Bei den Ermittlungen, die zu dieser Verhaftung führten, hatte der berühmte Privatdetektiv Sherlock Holmes eine große Rolle gespielt. Nachdem Hamilton verhaftet wurde, wurde seine junge Tochter unter die Obhut ihrer Tante gegeben. Weil ihre Mutter bereits verstorben war. Da, gefunden! Gut, das kennen wir. Jetzt will ich nur schnell nach unten. Vielleicht kann ich mit ihr darüber reden. Nein. Das Trafbitten, Dings Cole zu verhaften. Hammer! Jack Cole. Der Hammer! Du bist Hammer! Okay, haben wir sonst noch etwas vergessen? Nein. Okay, was haben wir hier? Haben wir etwas Neues? Knapp in Besuch. Okay, das hat alles nichts miteinander zu tun. Meine Falle, Schauspieler, aha. Im Ernst, nehmen Sie Schauspielunterricht, Sie sind grottig. Ja, ja, du auch. Ah, Lambert Street. Hm. Die Herbeileitung ist ja eigentlich noch etwas Neues. Bild ansehen. Unser Verdächtiger mit seiner Familie vor ihrem Wohnhaus. Okay, das gibt eine Lampe und so weiter und so fort. So eine. Aber ich würde sagen, das finden wir erst in der nächsten Folge raus. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Ciao! Ciao!